Freiburg will nochmal aufbauen, aber Marius Böter klaut Schlotterbeck die Kugel, der nächste Fehler der Freiburger und wieder geht's schnell. Böter auf Gentner und das ist die Entscheidung. 90 plus 2, 3-1 Union. Eiserne Ekstase, jetzt kann nichts mehr anbrennen. Freiburg macht sich selbst das Leben schwer. Zwei Böcke in der Defensive, eiskalt ausgenutzt von kampfstarken Köpenickern und Gentner setzt den Schlusspunkt im Schwarzwaldstadion. Untertitelung des ZDF für funk, 2017